servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal und hiermit fällt der status zu grill den g6 der ersten episode ihr habt abgestimmt welche challenge ich in dem ersten video machen soll dieses video nur um wirklich möglichst transparent zu sein wird für euch jetzt erscheinen am samstag um 18 uhr ich selber habe es aufgenommen am donnerstag um 18 uhr ich werde aber nicht vorher damit anfangen ich kann auch gerne in den videos dann wo ich die keys mit reinfüge das datum zeigen bevor der samstag 16 18 uhr erst ab da werde ich loslegen zu spielen ich musste halt leider aufgrund beruf und so weiter halt ein bisschen vorplanen aber macht jetzt nichts in sachen abstimmung und so weiter das ergebnis ist klar und da wird sich auch nichts mehr dran ändern und ich musste das video schon mal vorab drehen aber ja ihr habt entschieden und wie bereits gesagt der gewinner ist klar und war relativ eindeutig und zwar mit 46,67 prozent der stimmen hat gewonnen die reverse mythisch plus challenge dahinter mit 35 prozent der stimmen die level eins char walking challenge und mit 11 stimmen 18,33 prozent gewinne drei rbgs also die rbgs sind raus tatsächlich überraschend knapp zwischen der walking challenge ich hätte eher gedacht ihr drückt mir einen rein und wollt dass ich rbgs gewinne wenn ich ehrlich bin von daher mit der abstimmung kann ich sehr gut leben ich war mit oder ich sag mal so ich wäre sowohl mit m plus als auch mit der walking challenge zufrieden gewesen wobei ich mir die walking challenge glaube ich einfacher vorstelle als es letzten endes ist ohne zu sterben dementsprechend habe ich vielleicht sogar noch mal glück gehabt i have no idea aber das ist die challenge ihr habt unter dem letzten video auch schon mal ein paar vorschläge gebracht was weitere challenges sein können auch hier ihr dürft unter jedem video weitere challenge ideen reinpacken und wenn die erste dann abgeschlossen ist und ihr wieder für die zweite abstimmen dürft sammle ich aus allen bisherigen videos wieder die besten vorschläge also das habe ich schon im blick und wenn euch eine idee gefällt dann liked den krams rein heißt also was war die reverse m plus challenge nochmal ich habe jetzt quasi vom samstag 16. september bis samstag 23. september 18 uhr zeit um vier mythisch plus dungeons abzuschließen die mir wertung geben die herausforderung an der geschichte war aber ich muss sie auf meinen schars spielen nicht mit dem speck den ich normalerweise spiele das heißt mit meinem droiden der 2600 irgendwas score hat alles mit eule gespielt dürfte ich dann halt nur tank heilung oder sonst was ich habe euch gleichzeitig auch gefragt welche specks ihr sehen wollt und da haben sich auch ein paar leute gemeldet und an diese wünsche wünsche halte ich mich auch wir spielen folgenden schars droide heilung tank wäre einfacher gewesen aber whatever wir wagen es einfach ich muss sagen das ist tatsächlich auch mit dem char der als letztes kommt die challenge wo ich am meisten bedenken habe also de facto ich muss einen key spielen und wertung kriegen ich bin froh dass ich nicht auf 3k oder so gespielt habe denn ich habe jetzt zum beispiel hier auch 16er keys mit drin die ich also es würde reichen würde ich ein 17er spielen und einfach wertung kriegen dementsprechend ich werde mal schauen hier muss ich jetzt heilen und ich werde es wahrscheinlich mit dem droiden in dieser woche direkt spielen in dieser id denn droiden heil habe ich seit jahren nicht mehr gespielt und ich glaube noch nie in der m plus also wirklich droiden heil bin ich sehr sehr unerfahren und dementsprechend in der aktuellen id auf tyrannisch habe ich niedrigere keys also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht den leichtesten spielen aber ich werde jetzt auch keinen hallen der infusionen spielen da kann ich euch schon mal brief und siegel geben ähm und ja was ist platzen platzen ist halt auch eklig naja muss ich mal schauen aber es ist zumindest kein dispel affix oder sonst was also droide werde ich heilung spielen äh da habe ich keine lust drauf dann heals cutie den spiele ich als heiler der wird dann als elementarschamane gespielt das war gewünscht damit bin ich tatsächlich ziemlich zufrieden äh elementarschamane habe ich in legion sehr sehr gerne gespielt und da bin ich guter dinge dass der dann schon relativ problemlos über die bühne gehen wird void sex spiele ich als shadow da habt ihr euch auch gewünscht heilung da werde ich höchstwahrscheinlich disziplin spielen weil ich glaube dass das nochmal ein bisschen mehr eine challenge ist für äh einen dungeon also von daher da knallen wir diszi rein und übrigens äh den krieger lassen wir raus da habt ihr auch nicht für gestimmt und ich will ihn ehrlich gesagt auch nicht spielen weil du hast halt nur zwei mili specks zur auswahl die beide ziemlich unspektakulär sind und beim hunter du wechselst von dd auf noch ein dd speck also das macht glaube ich ziemlich wenig sinn und auch beim rufer habt ihr euch dann heilung gewünscht und da habe ich also den healer speck vom evoker habe ich noch nie gespielt nicht mal nicht mal drauf gewechselt um zu gucken was die talente machen also auch das könnte sehr sehr interessant werden letzten endes diszi habe ich schon mal gespielt auch im mythisch raid äh elementarschamane habe ich schon mal gespielt auch im mythisch raid deswegen bei den beiden skills bin ich sehr positiv gestimmt theoretisch habe ich auch schon mal im mythisch raid mit der eule oder mit dem druiden geheilt und auch zu beginn von shadowlands die m0 dungeons aber das war halt auch das letzte mal und das sind jetzt auch drei jahre oder so ähm also das könnte interessant werden und am meisten bummel habe ich hier vor dem evoker heal a weil ich ihn überhaupt nicht kenne und b weil weniger range als bei anderen specks ich glaube das könnte mir ein bisschen zum verhängnis werden aber was ganz gut ist ähm ich kann eigentlich überall eins zu eins den speck wechseln und muss nichts an trinkets neu holen klar habe ich jetzt nichts was meine heilung boostet oder so aber überall gibt es intelligenz oder sonst irgendwas also das ist schon ganz in ordnung und äh ja ich glaube viel mehr gibt zwar zu nichts zu sagen ich bin gespannt die woche läuft dann ab jetzt quasi wo dieses video erschienen ist ähm am ende werde ich nach ablauf der challenge oder wenn ich schon früher fertig bin ein großes video machen es wird nicht jeder run einzeln kommen weil diese challenge videos will ich nach möglichkeiten ein bisschen kompakter halten das heißt jetzt nicht dass ein viertelstunden video kommt also es wird schon ein paar minuten aus jedem run geben ähm aber ich werde es zusammenschneiden dass ihr aus jedem run quasi so die highlights seht und ja ich bin gespannt also vielen vielen dank fürs abstimmen ich freue mich drauf ich glaube es könnte ganz lustig werden und als bestrafung jemand hat von euch hat den vorschlag gemacht den fand ich sehr sehr geil wenn ich es nicht schaffe diese challenge abzuschließen muss ich mit meinem droiden nackt nach sturmwind reisen und vom einen ende der stadt bis zum anderen durch rennen ohne stealth zu nutzen und so weiter und so fort und dementsprechend da ich nackt bin könnte ich sehr sehr oft umgeklatscht werden das heißt aus einem weg von vermeintlich vielleicht drei vier minuten können eine ewigkeit werden und deswegen ich hoffe da habe ich echt null bock drauf ich hoffe dass ich die challenge schaffe und ich gebe mein bestes und dann ihr hört wieder in einer spätestens in der woche von mir damit danke fürs zusehen gerne weitere vorschläge für challenges in die kommentare und ja kanal abonnieren wenn euch das konzept gefällt wenn ihr davon mehr sehen wollt bis dahin habt eine gute zeit und reingehauen bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.